Das Wort hat nun der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dr. Gregor Gysi. Also, meine Damen und Herren von der Union und von der FDP, ich bedanke mich für Ihren langen Begrüßungsbeifall. Aber abgesehen davon, glaube ich, Frau Bundeskanzlerin, mit dieser Rede haben Sie Ihre Fraktion nicht gerettet. Dazu war sie zu oberflächlich und ist auf den Kern der Probleme überhaupt nicht eingegangen. Ich hatte gehofft, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie nichts zu Berlin sagen. Aber Sie haben etwas zu Berlin und der Verschuldung gesagt. Und deshalb muss ich Ihnen hier eins mal ganz klar sagen. Die Verschuldung von Berlin ist nun wirklich von Eberhard Diebchen und Klaus Landowski von der Union verursacht worden. Und ich sage mal, SPD und Linke haben diesen Karren aus dem Dreck geholt. Das ist die Wahrheit. Und dass Berlin jetzt sogar eine Hauptstadt und Metropole ist, liegt nur an den Linken. So, und davon mal abgesehen, komme ich zu einer Rede des Bundespräsidenten, die er am 24. August 2011 gehalten hat. An diesem 24. August hat er gesagt, Politik muss ihre Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Sie muss sich endlich davon lösen, hektisch auf jeden Kursrutsch an den Börsen zu reagieren. Sie muss sich nicht abhängig fühlen und darf sich nicht am Nasenring durch die Manege führen lassen von Banken, von Ratingagenturen. Eine härtere Kritik eines Bundespräsidenten, einer Regierung und einer Koalition habe ich selten gehört. Und Sie gehen überhaupt nicht darauf ein. Der Bundespräsident erklärt doch damit, dass die Demokratie gefährdet ist. Das sagt übrigens ein Bundespräsident erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit 1949. Und ich sage Ihnen, die Demokratie ist nicht nur gefährdet. Wir haben es wirklich mit Zerstörung zu tun. Der frühere Kanzler Kohl hat eine vernichtende Kritik an der Kanzlerin und an ihrer Koalition geübt. Er hat gesagt, es gebe keine Orientierung. Es gebe keinen Kompass, keine Grundwerte, keine Grundüberzeugung. Verstehen Sie, ich muss Ihnen ja immer Ihre Leute zitieren, weil Sie uns nicht glauben. Aber wahr ist es trotzdem. Aber wir haben es in Wirklichkeit mit etwas anderem zu tun, Frau Bundeskanzlerin. Ich bitte Sie, das mal zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben es mit einer Systemkrise zu tun. Wir haben es mit einer Diktatur der Finanzmärkte zu tun. Die großen privaten Banken, die großen privaten Fonds, die großen privaten Versicherungen und die Hedgefonds machen vor nichts Halt, reißen alle noch bestehenden Dämme nieder und brechen sämtliche Tabus. Und Sie haben nicht die Kraft und nicht die Mut, endlich etwas dagegen zu tun, was aber dringend erforderlich ist. Dabei geht es doch nicht nur um Länder wie Griechenland, Portugal, Spanien und Irland. Es geht um die Kernländer des Kapitalismus. Die greifen auch die USA, Frankreich und Italien an. Private amerikanische Ratingagenturen, die von großen Banken abhängig sind, stufen die USA herunter. Ich bitte Sie, das macht Ihnen gar nichts mehr aus. So mächtig sind Sie inzwischen geworden. Und seit Jahren höre ich von Ihnen, wir brauchen eine öffentlich-rechtliche Ratingagentur in Europa. Wo ist sie denn? Es wird höchste Zeit, sie zu schaffen. Es sind nicht die Linken, sondern die Finanzmärkte, die den Kapitalismus von innen heraus zerstören. Die Ratingagenturen stürzen inzwischen sogar Regierungen, wie in Irland und Portugal. Und niemand regt sich darüber auf. Früher war das mal ein Wahlrecht der Bevölkerung. Heute läuft das völlig anders ab. Wir haben es mit einer Krise weltweit der Demokratien zu tun, auch wenn Sie das nicht wahrhaben wollen, weil wir diktatorisch von den Finanzmärkten beherrscht werden. Und nun, Frau Merkel, waren Sie bei Herrn Sarkozy in Paris. Frau Merkel, hören Sie mir mal einen Moment zu. Ich möchte eine Erklärung haben. Sie haben dort mit Herrn Sarkozy ein Papier verabschiedet zur zweiten Griechenlandhilfe. Und dann höre ich in der Heute-Sendung im ZDF, dass dieses Papier wortwörtlich bis zum letzten Komma abgeschrieben ist von einem Papier des Internationalen Bankenverbandes, dessen Präsident zufällig Josef Ackermann heißt. Also genau wie der Chef der Deutschen Bank. Ich finde das Ding gipfelt. Da müssen Sie doch nicht nach Paris fahren. Das können Sie auch am Telefon klären, dass Sie ein Papier nur abschreiben. Nur, ich finde, das zeigt doch die Abhängigkeit. Das zeigt die Abhängigkeit. Und wir kennen das doch. Das begleitet uns doch jetzt seit Jahren. Bei der ersten Finanzkrise die 480 Milliarden Euro, die hier beschlossen wurden im Bundestag, auf Wunsch der Banken. Die Gesundheitsreform, Herr Rösler, Sie waren dafür verantwortlich. Was haben Sie gemacht? Die Wünsche der Pharmaindustrie und der privaten Krankenversicherung umgesetzt. Bei der Atomenergie wissen wir das alles. Es waren die vier Energiekonzerne, die sich durchgesetzt haben. Sie zeigen unserer Bevölkerung, dass nicht Sie die Macht haben, sondern andere darüber entscheiden. Und das ist wirklich eine Gefährdung der Demokratie. Bekommen Sie das doch endlich mal mit. Aber ich glaube, dass Sie bei den Banken, Fonds, Versicherungen und Hedgefonds es maßlos überzogen haben. Und deshalb sind wir jetzt in einer Krise. Und wenn Sie mir nicht glauben, zitiere ich Ihnen jetzt mal ein paar andere Leute. Also Erzkonservative, Neoliberale, keine Linken. Nehmen wir mal Charles Moore, britischer Erzkonservativer, Setscherist, der einzige offizielle Autor einer Biografie von Maggie Setscher. Der schreibt im Telegraph vom 22.07.2011, die Reichen haben ein globales System organisiert, das allein ihnen nützt. Die vielen anderen haben zu arbeiten, um die Reichen noch reicher zu machen. Das sagt Moore, nicht Gregor Gysi, der schreibt Ihnen das. Moore würdigt plötzlich die Linken und sagt, die haben recht. Und dann haben manche gedacht, er meint die Leberparty. Daraufhin hat er sich geäußert und sagt, nein, er meint doch nicht die neoliberalen Linken wie Blair, Schröder oder Fischer, die die ganze Deregulierung organisiert haben in den letzten Jahren, sondern er meint die wirkliche Linke. Der Ausgeber der FAZ, Frank Schirrmacher, schreibt einen Artikel im Fauxiton der FAZ mit der Überschrift, ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat. Warum schreibt er das? Weil sie sagt, es ist plausibel. Das ganze politische System nutzt nur den Reichen und schadet den anderen. Paul Kirchhoff, ehemaliger Verfassungsrichter und einst bei Ihnen, Frau Merkel, hochgeschätzter Steuerexperte, beklagt die nahezu vollständige Abhängigkeit der Politik von den privaten Finanzmärkten. Zur Griechenlandkrise bemerkt er, dass nicht Solidarität mit den Griechen herrscht, sondern ausschließlich mit den Banken. Das schreibt Herr Kirchhoff. Und er sieht ebenfalls die Demokratie gefährdet. Selbst Wirtschaftswissenschaftler wie Professor Straupa, die bisher die Märkte vergötterten, schreiben, das Marktversagen scheint doch die Regel zu sein. Er muss seine ganze wissenschaftliche Theorie umstellen. George Soros, Multimilliardär, Spekulant, König der Hedgefonds, also nur wirklich absolut auf der Gegenseite, schreibt, der Kapitalismus ist offenkundig nicht zu reformenfähig und wird deshalb scheitern wie der Staatssozialismus. Das schreibt Soros. Warum denken Sie nicht darüber nach, was Sie verändern müssten, wenn Sie jetzt wirklich in die Geschichte eingreifen wollen? Die Milliardäre und Superreichen treten jetzt jeden Tag im Rundbuch und im Fernsehen auf und stellen sich immer hin und sagen, wir möchten gerne endlich mal eine Steuer bezahlen. Und dann sagen Sie, Frau Merkel und Sie, Herr Rösler, ja, wir streichen gerne das Elterngeld von Hartz-IV-Empfangenen. Das haben wir ja schon gemacht. Aber von euch Vermögenden und Millionären wollen wir nicht mal einen halben Cent haben. Wissen Sie, warum die das rufen? Die rufen das doch nicht, weil die plötzlich alle solidarisch und altruistisch geworden sind und nachts wegen der Armen auf der Erde nicht mehr schlafen können. Also da mag es ja auch eine Handvoll von geben, will ich nie ausschließen. Aber die anderen rufen das, weil sie eins begriffen haben, es geht um ihre Existenz. Ich sagte, es ist eine Systemfrage. Und diese konservative Regierung ist nicht einmal klug genug, das zu begreifen. Wenn Sie jetzt gerade zur Erhaltung der Strukturen schlauer werden, würden Sie den Spitzensteuersatz erhöhen, würden Sie eine Vermögenssteuer erhöhen. Sie hätten nicht mal Widerstand von den Vermögensmilliardären und Millionären zu erwarten. Aber Sie machen es nicht, weil Sie in Ihrer kleinkarierten Ideologie hängen und nicht begreifen, welche Fragen eigentlich auf dieser Erde und Europa anstehen. Ja, wenn Sie mir das nicht glauben, sage ich Ihnen nur zwei Zahlen. Also die Staatsverschuldung der Eurozone liegt bei 10 Billionen Euro. Und die Vermögensmillionäre der Eurozone haben ein Vermögen von 10 Billionen Dollar. Das erklären Sie doch mal den Leuten. Erklären Sie es Ihnen doch mal. In Deutschland haben wir eine Staatsverschuldung von 2 Billionen Euro. Und die 10 Prozent reichsten der Bevölkerung, der reichste Teil der Bevölkerung, 10 Prozent, besitzen ein Vermögen von 3 Billionen Euro. Eine Billion Euro mehr. Erklären Sie das doch mal den Leuten. Und dann sagen Sie aber keinen halben Cent, keine Steuer, nicht mal einen Euro. Nichts wollen Sie von denen haben. So können Sie keine gerechten Verhältnisse herstellen. Die Verursacher müssen endlich für die Krise bezahlen. Nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner und die Arbeitslosen. Aber es gibt eine andere Frage. Ich versuche es noch mal ganz langsam, um es Ihnen von der Union und der FDP zu erklären. Also, wie mache ich es? Wir haben einen Euro von Griechenland bis Deutschland. Das heißt, wir haben eine Binnenwährung. 1998 haben wir hier im Bundestag darüber diskutiert. Da gab es wie immer vier oberschlaue Fraktionen. SPD, Union, FDP und Grüne. Die sagten, alle Voraussetzungen für den Euro liegen vor. Die Einzigen, die gewarnt haben, waren wir. Aber oberschlau haben Sie uns wieder mitgeteilt. Sie wüssten alles besser. Alle unsere Warnungen sind falsch. Lesen Sie mal die Reden von damals. Sie werden sich einigermaßen schämen, wenn Sie das nachlesen. Alles, was wir an Gefahren beschrieben haben, ist eingetroffen. Alles. Und dann habe ich damals darauf hingewiesen, in meiner Rede, dass Sie immer vom Export nach Spanien, Portugal etc. reden. Aber wenn man eine Binnenwährung hat, hat man einen Binnenmarkt. Dann gibt es keinen Export mehr. Sie haben es bis heute nicht verstanden. Wir exportieren nicht nach Griechenland. Auch nicht nach Spanien. Auch nicht nach Irland. Auch nicht nach Portugal. Wir haben, ja, Herr Kauder, hören Sie mal zu. Dann vielleicht verstehen Sie es auch. Wir haben einen Binnenmarkt mit einer Binnenwährung. Wissen Sie, wenn Sie da von Export sprechen, müssten Sie auch sagen, Bayern exportiert nach Schleswig-Holstein. Sie haben es nicht begriffen. Und Ihr System besteht in Folgendem. Ihr System besteht in Folgendem. Bayern soll erst Schleswig-Holstein ruinieren. Wenn Ihnen das gelungen ist, bauen Sie finanziell Schleswig-Holstein wieder auf. Und dann ruinieren Sie es wieder neu. Das erklären Sie doch mal den Leuten, worin da der Sinn besteht. Wenn wir einen Euro haben, haben wir eine Binnenwährung von Griechenland bis Deutschland. Und deshalb hat das mit Export und dem ganzen Gebaren, das Sie an den Tag legen, nichts zu tun. Aber warum ist Deutschland so erfolgreich? Aus einem Grunde im Export. Weil Sie die Löhne gesenkt haben, weil Sie die Renten gesenkt haben, weil Sie die Sozialleistungen gesenkt haben. Und zwar ganz erheblich. In den letzten zehn Jahren, das ist übrigens auch ein Verdienst von SPD und Grünen, sind die Reallöhne um 4,5 Prozent gesenkt worden. Die Realrenten um 8,5 Prozent gesenkt worden. Und die Sozialleistungen um 5 Prozent gesenkt worden. Das Ergebnis war, dass der Export billiger wurde. Deshalb können wir so viel nach Spanien, Portugal etc. exportieren. Dadurch können die Schlechter ihre eigenen Waren verbrauchen. Ja, natürlich. Sie haben keine Ahnung. Also dann müssen Sie noch mal in das erste Lehrjahr für Volkswirtschaft gehen, wenn Sie das noch nicht begriffen haben. Also, noch mal langsam. Und dann passiert doch Folgendes, meine Damen und Herren von der FDP. Wenn wir die dadurch ruiniert haben, dass sie immer selber weniger verkaufen können und zu uns nichts exportieren können, dann kommen Sie jetzt und sagen, wir müssen das Geld dorthin schicken. Und verstehen Sie, das begreift die Bevölkerung nicht. Was wir stärken müssen, das haben Sie nie begriffen, ist die Binnenwirtschaft. Deshalb brauchen wir, auch deshalb, auch wegen der sozialen Gerechtigkeit, aber auch aus ökonomischen Gründen, brauchen wir endlich höhere Löhne, höhere Renten, höhere Sozialleistungen, damit wir nicht abhängig sind vom Export, damit wir unsere eigene Wirtschaft hier im Lande stärken. Ja, ich kann Ihnen das ganz klar sagen. Die Reichtumspflege kostete uns in den letzten Jahren 300 Milliarden Euro. Und die Bankenkrise, was haben wir dafür bisher real ausgegeben in den letzten drei Jahren? 300 Milliarden Euro. Das erklären Sie mal den Leuten. Die beantragen, die Toilette in der Schule zu reparieren und Sie erklären ihnen kein Geld. Aber für diese Dinge ist immer genügend Geld vorhanden. Das ist nicht nachvollziehbar. Aber nun ging es ja in Brüssel um zwei Fragen. Also erstens, wer bezahlt die Kosten und Euro-Bonds? Nun haben ja die Banken gesagt, sie wollen sogar freiwillig auf 21 Prozent ihrer Anteile bei Griechenland etc. verzichten. Das klingt ja schon fast edel. Nun hat aber Ihr Wirtschaftsweise, Herr Wofinger, ausgerechnet, die verzichten auf gar nichts. Sie haben die Zinsen so lange verlängert, bis Sie daran ein Geschäft machen. Darauf kann man sich bei Banken immer verlassen. Außerdem erwähnen Sie nicht, dass die Europäische Zentralbank eine Bank, die allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern der Eurozone gehört, vornehmlich den deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, dass die Kredite an Banken vergibt für 1,25 Prozent. Und diese Banken geben dann Griechenland gerne Geld für 11 Prozent und mehr. Das ist abenteuerlich. Weil die machen Geld mit einer Überweisung, ohne irgendetwas herzustellen. Weder einen Stuhl noch einen Tisch. Nichts ist hergestellt. Das sind reine Spekulationsgewinne, die uns später wieder um die Ohren fliegen. Aber nun zum Eurobonds. Also jetzt würde ich ja gerne mal auf die Kanzlerin zurückkommen und auch auf die FDP. Sie lehnen doch Eurobonds ab. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, nimmt doch die FDP den Mut von 40 Jahren zusammen und sagt, also wenn die Kanzlerin Eurobonds einführen sollte, verlassen Sie sogar die Regierung. Ich habe Sie doch richtig verstanden. Gut. Jetzt muss ich Ihnen Folgendes erklären. Wir haben die Eurobonds. Ich werde es Ihnen ganz kurz belegen. Ja, passen Sie auf. Eurobonds heißt doch, dass man gemeinsam für die Schulden haftet. Gemeinsam für die Schulden haftet. Das ist das Vertragsbedrückte. Das ist etwas ganz anderes. Ich sage nur, wir haben das. Warum? Weil die Europäische Zentralbank, die all unseren Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gehört, die Staatsschulden aufgekauft hat. Und zwar von Griechenland, Portugal, Irland, Italien und Spanien. Und zwar im Werte von 129 Milliarden Euro. Und von den deutschen privaten Banken und Versicherungen haben Sie ein Drittel dieser Staatsschulden abgekauft. Meine erste Frage ist, wer hat das eigentlich der Europäischen Zentralbank genehmigt? Denn es war ja klar, dass das nichts mehr wert ist. Ist das nicht ein großer Fall von Untreue? Aber die zweite Frage ist, jetzt haften wir dafür gemeinsam. Das kriegen Sie gar nicht weg. Die Lidl-Kassiererin, Herr Ackermann, wir alle haften für diese Staatsschulden, denn sie gehören ja jetzt der Europäischen Zentralbank. Damit haben wir indirekt die Eurobunds eingeführt. Und jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten für die FDP. Entweder Sie treten heute aus der Regierung aus, weil Sie ja gesagt haben, das machen Sie in diesem Fall, oder Sie hören mit Ihrem Geschwätz auf. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also das will ich ganz klar sagen. Nun soll morgen ja eine Debatte zum Rettungsfonds stattfinden, und zwar der Gestalt, dass er auf 780 Milliarden erhöht werden soll. Sagen Sie bitte den Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik Deutschland, dass Sie nicht mehr für 123 Milliarden Schulden haften, sondern dann für 211 Milliarden Schulden haften. Das sind 88 Milliarden mehr. Das ist doch wohl nicht nichts. Und Sie können doch nicht ernsthaft behaupten, dass Sie damit rechnen, dass das Geld nicht in Anspruch genommen wird. Ich sagte es schon, in den letzten drei Jahren wurden schon 300 Milliarden Euro in Anspruch genommen. Warum können Sie darauf nicht hoffen? Weil Sie einen völlig falschen Weg gehen, zu dem komme ich noch. Also, was muss jetzt wirklich geschehen? Die Linke wird Ihnen jetzt erklären, was Sie eigentlich zu tun hätten. Es ist, ja, es ist, wissen Sie, es ein bisschen nervt es mich auch, weil Sie hören so selten. Aber langsam hören Sie, verstehen Sie, immer verspätet. Also, das Erste, was passieren muss, die Banken müssen auf ihre eigentlichen Funktionen zurückgeführt werden. Sie sind Dienstleistungsunternehmen für Unternehmen und für Privatpersonen und nichts anderes. Wir brauchen keine Leerverkäufe, wir brauchen keine Hedgefonds. Sie müssen das endlich regulieren. Haben Sie doch mal den Mut, sich Ackermann gegenüberzustellen und zu sagen, Schluss, wir machen das jetzt anders. Wir sind die demokratisch gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Wir müssen die großen privaten Banken dezentralisieren und öffentlich-rechtlich gestalten. Ich weiß, dass Sie sagen, die Landesbanken haben auch nicht funktioniert. Das stimmt. Und die Landesbanken waren alle CDU-regiert, als sie pleite gingen. Aber davon mal abgesehen, kann ich Ihnen auch den Fehler sagen, weil man den Landesbanken gesagt hat, ihr müsst spekulieren wie die großen privaten Banken. Daran sind sie zugrunde gegangen. Erst regulieren und dann öffentlich-rechtliche Institutionen schaffen. Die Sparkassen, ja, die Sparkassen sind doch nicht unser Problem, sondern ganz im Gegenteil. Brüssel hat immer gemeckert über die Sparkassen. Jetzt sagen die kein Wort mehr, weil die Sparkassen in der Krise wirklich tapfer und gut gestanden haben, weil sie nämlich öffentlich-rechtlich waren und nicht spekuliert haben weltweit. Wir brauchen eine Bank für öffentliche Anleihen in der Eurozone, die Kredite zu günstigen Zinsen an Staaten vergibt. Und dort können dann auch die Euro-Bonds, über die ich ja gesprochen habe, gehalten werden. Euro-Bonds würden natürlich den Euro stabilisieren. Sie können nicht eine Binnenwährung einführen. Wir haben dagegen gestimmt. Sie wollten die Binnenwährung von Griechenland bis Deutschland. Nun haben wir sie. Jetzt müssen wir sie auch retten. Aber nicht dadurch, dass wir es nicht zur Kenntnis nehmen wie Sie, sondern dass wir das jetzt ernst nehmen, dass es sich um eine Binnenwährung handelt. Die ganze Welt steht vor einer tiefen Rezession. Die Börsen spielen verrückt. Und Ihr einziges Rezept ist Sparen. Was machen Sie mit Griechenland? Was machen Sie mit den anderen Ländern? Sie sagen Lohnkürzung, Kürzung von Renten, Kürzung von Sozialleistungen, Erhöhung des Renteneintrittsalters, also alles, was Sie schon in Deutschland gemacht haben, Streichung von Investitionen, Billigverkäufe von öffentlichem Tafelsilber. Das ist Ihr Rezept. Sagen Sie mir doch mal, wie Griechenland auf die Art und Weise Steuereinnahmen machen soll. Also die führen alles zurück. Die dürfen ja nichts mehr investieren. Dann setzen Sie doch das ganze Geld in den Sand. Das ist doch albern. Wir hätten doch lernen müssen nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Marschallplan war richtig. Wenn, dann muss man aufbauen. Dann fließen auch wieder Steuern. Also hoch mit den Löhnen, hoch mit den Renten, hoch mit den Sozialleistungen, mehr Investitionen. Das ist das Rezept für Griechenland und für Deutschland. Aber wenn ich was zu entscheiden gehabt hätte, Frau Bundeskanzlerin, hätte ich ja den Griechen auch Bedingungen gesetzt. Das muss man ja, wenn man Geld gibt, darf man das ja auch. Aber ganz anhören. Ich hätte gesagt, erstens, ab jetzt von euch immer richtige Zahlen. Das darf man doch verlangen. Dann hätte ich gesagt, zweitens, die tägliche Steuerhinterziehung ist wirksam zu bekämpfen. Und wenn wir uns da System ausgedacht haben, könnten wir es auch in Deutschland einführen. Dann hätte ich gesagt, und das ist mir jetzt ganz wichtig, vom Bruttoinlandsprodukt, von der Wirtschaftsleistung her, hat Griechenland die größten Ausgaben für Rüstung. 2,8 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung geben die Verrüstung aus. Deutschland 1,3 Prozent. Auch Frankreich und Großbritannien liegen die. Warum, Frau Bundeskanzlerin, haben Sie nicht verlangt, von Griechenland die Rüstungsausgaben sofort zu halbieren? Das wäre doch wichtig gewesen. Und ich glaube, den Grund zu kennen. Weil Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist. Weil wir unsere Waffen auch nach Griechenland verkaufen. Und wie wir ja wissen, nicht nur nach Griechenland. Dann haben wir die 2.000 reichsten Familien Griechenlands. Die besitzen 80 Prozent des Vermögens Griechenlands. Ich bitte, das ist ja noch überzogener als in Deutschland. 2.000 Familien, weniger als 0,1 Prozent, besitzen 80 Prozent des Vermögens. Ich hätte die Bedingung gestellt nach einer drastischen Vermögenssteuer für diese 2.000 Familien. Aber das machen Sie nicht. Ich habe schon gesagt, was mit den Löhnen, Renten und Sozialleistungen passieren muss. Außerdem brauchen wir eine Finanztransaktionssteuer. Nun sagen Sie das auch. Jetzt sagt es Sarkozy auch. Aber wir brauchen keine Gerede. Wir brauchen endlich die Steuer. Führen Sie sie doch wenigstens in Deutschland ein. Schritt für Schritt werden wir sie in ganz Europa bekommen. Anders kann man Spekulationen nicht bekämpfen. Und wir brauchen die europäische Vermögenssteuer, über die ich bereits sprach. Übrigens auch interessant Sarkozy beginnt es zu begreifen. Berlus Kunina ist ja sowieso ein völlig eigener Typ, hat sie wieder gestrichen. Jetzt kriegen wir einen Generalstreik in Italien, der leider in Deutschland verboten ist. Müsste auch mal erlaubt werden. Wieso dürfen wir eigentlich weniger als die Italienerinnen und Italiener? Aber davon mal abgesehen, haben wir eben nur die Reaktion, dass Sie das ablehnen. Einfach ablehnen. Sie begreifen nicht, dass Sie mit einer Vermögenssteuer sogar das System retten, das Sie so lieben. Es ist nicht nachvollziehbar. Und wir brauchen Investitionen in Infrastruktur, Umwelt und Bildung. Aber nun komme ich zu anderen Themen. Libyen. Es stört mich ungeheuer, wie selbstverständlich auch von SPD und Grüne nach Bomben gerufen wird. Ich werde... Ja, ist es falsch? Ist es falsch? Sie haben immer gesagt, im Sicherheitsrat hätte man zustimmen müssen der Bombardierung Libyens. Ihre Theorie lautet doch, Bomben verjagen Gaddafi und helfen den Demokratie- und Freiheitskämpfern. Ich sage Ihnen, das ist die größte Differenz zwischen den Linken und Ihnen. Denn wir akzeptieren Krieg als Mittel der Politik auf gar keinen Fall. Hier unterscheiden wir uns wirklich diametral. Diametral. Ja, und ich möchte Ihnen das auch begründen. Ich bin jetzt in der Situation, Außenminister Westerwelle verteidigen zu müssen, was Ihnen wahrscheinlich gar nicht recht ist. Stimmt. Aber trotzdem sage ich es. Müssen Sie durch, Herr Westerwelle. Und zwar, weil Ihre Stimmenthaltung zwar nicht völlig richtig war. Ein Nein wäre besser gewesen im Sicherheitsrat. Aber auf jeden Fall war die Stimmenthaltung viel besser als das Ja, das SPD, Grüne und in Wirklichkeit ja auch CDU und immer mehr Teile der FDP verlangen. Warum ist es denn so falsch? Wir haben so viele Diktatoren auf der Welt. Wollen Sie die alle wegbomben? Was ist eigentlich Ihr Maßstab? Erklären Sie das doch mal der Bevölkerung. Jetzt höre ich, für 83 Millionen Euro hat die Regierung Waffenlieferungen an Gaddafi genehmigt. Und dann bombt sie ihn weg. Der amerikanische, der britische und auch der deutsche Geheimdienst haben mit Gaddafi zusammengearbeitet. Polizisten, deutsche Polizisten haben ihre Freizeit dort ausgebildet. Das alles wurde mit Gaddafi gemacht. Und plötzlich einen Tag drehen Sie das Ganze und sagen, jetzt ist er doch ein Schoko und jetzt bomben wir ihn weg. Das ist nicht nachvollziehbar, das ist verlogen, das ist nicht glaubwürdig. Das ist das Entscheidende. Und jetzt hören wir, dass Gaddafi sogar sechs G36 Sturmgewehre hatte. Die sind nie erlaubt worden. Jetzt frage ich die Bundeskanzlerin, wie sind denn die da hingekommen? Ja, Herr Kauder, wenn Sie das nicht wissen, dann haben Sie keine Kontrolle über den Export von Rüstungsgütern. Das ist unverantwortlich. Ich möchte wissen, wer, wann, wohin hier Waffen verkauft. Aber, nun bleibe ich mal bei der Theorie auch der Grünen und der SPD, dass das ja hilft in Demokratie- und Freiheitsbewegung und schadet den Diktaturen. Dann erklären Sie mir zwei Sachen. Warum haben Sie noch nie Bomben auf Bahrain gefordert und warum haben Sie noch nie Bomben auf Syrien gefordert? Warum? Warum nicht auf Bahrain und nicht auf Syrien? Ich kann es Ihnen sagen, in Bahrain ist der größte amerikanische Stützpunkt und in Bahrain sind die Saudi-Arabis einmarschiert, an die Sie alle zusammen Waffen für 700 Millionen Euro verkauft haben. Und die Saudi-Arabis schießen auf die Freiheits- und Demokratiedemonstranten. Deshalb kommen Sie gar nicht auf die Idee, dort zu bombardieren. Und bei Syrien gibt es auch eine einfache Begründung. Syrien hat nur ein ganz bisschen Erdöl und Libyen hat ganz viel. Und ich sage Ihnen das, das kotzt mich wirklich an. Seit tausenden Jahren, wenn man genau hinsieht bei Kriegen, stehen immer ökonomische Interessen dahinter. Lassen Sie sich doch da nicht mit hineinziehen, wie Sie das in den letzten Jahren ständig gemacht haben. Und an Saudi-Arabien verkaufen wir jetzt ja auch noch zusätzlich 200 Panzer. Und Saudi-Arabien, darf ich das noch sagen, Al-Qaida, das ist doch nun wirklich eine Terror-Ausbildungsorganisation. Die wird ausschließlich von Saudi-Arabien bezahlt. Und die besten Beziehungen der US-Regierung und der deutschen Regierung bestehen zu Saudi-Arabien. Das ist doch alles völlig unglaubwürdig, zu sagen, wir bomben für Demokratie und arbeiten mit den Terroristen und den Diktatoren zusammen. Das geht nicht auf. Das sage ich hier ganz klar. Jetzt haben Sie gesagt, die Arbeitslosigkeit hätten Sie so erfolgreich bekämpft. Und dann gibt es immer den Streit Union und FDP, meine es lege an Ihnen. Und SPD und Grüne, meine es lege an Ihnen. Ich kann Sie beruhigen, Sie haben alle vier Ihren Anteil daran. Und zwar, weil wir in Wirklichkeit die Vollzeitbeschäftigungsplätze in den letzten zehn Jahren um 1,8 Millionen abgebaut haben. Was zugenommen hat, sind die Geringverdiener. Was zugenommen hat, sind die prekär Beschäftigten. Und darauf sind Sie auch noch stolz. Dann sagen Sie immer, das ist Ihr Werk. Und Sie sagen, es ist Ihr Werk. Es ist leider Ihr gemeinsames Werk. Aber Geringverdiener und prekäre Beschäftigte sind nicht die Lösung für unseres Land. Wir brauchen wieder Vollzeitjobs. Und dass Sie sagen, Frau Bundeskanzlerin, Sie sind stolz, dass die Jugendarbeitslosigkeit halbiert war. Sie kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich war gerade dort. 75 Prozent der Menschen bis 25 Jahre, die eine Beschäftigung haben, arbeiten als Geringverdienerinnen und Geringverdiener. Das ist doch keine Lösung. Das ist doch ein zunehmendes Problem. Was glauben Sie, wie sauer sind? Leider gehen dann manche dazu, über die NPD zu wählen, was wir alle nicht wollen. Also müssen wir diese Fragen so schnell wie möglich lösen. Und zwar in der Bildung genauso wie auf dem Arbeitsmarkt. Lassen Sie mich noch sagen, dass wir ein anderes System im Gesundheitswesen brauchen. 7,3 Prozent, das müssen die Arbeitgeber bezahlen. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen schon mal mehr, 8,2 Prozent, weil Sie nämlich, SPD und Grüne, die paritätische Finanzierung aufgegeben haben. Dann kommen für Praxisgebühren und Arzneien 2 Prozent hinzu. Dann kommen für höhere Versicherungsbeträge noch mal bis zu 2 Prozent hinzu. Dann sind wir bei 12,2 Prozent. Wir schlagen Ihnen etwas anderes vor. Jede und jeder zahlt von seinem gesamten Einkommen einen Beitrag in die gesetzliche Krankenkasse, nicht in die private. Kann er zusätzlich für andere Dinge machen, aber nicht für die eigentliche Versorgung. Alle zahlen wir ein, auch Ackermann, auch alle Bundestagsabgeordneten. Wenn wir das machten, hätten wir nur einen Beitrag von 5,25 Prozent für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und von 5,25 Prozent für die Unternehmen. Wir senkten für die Unternehmen, ich bitte das alle Unternehmerinnen und Unternehmer zu bedenken, wenn sie wählen, ihren Beitrag von 7,3 Prozent auf 5,25 Prozent. Und das ist alles durch eine Studie nachgewiesen, dass es ginge. Warum gehen Sie nicht diese Schritte? Warum gehen Sie das umgekehrt und belasten nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Thierse, das tut mir sehr leid. Ich hätte Ihnen gerne noch die Rente erklärt. Das muss ich dann beim nächsten Mal machen. Die Steuer hätte ich Ihnen auch gerne noch erklärt. Muss ich auch beim nächsten Mal machen. Aber eins sage ich Ihnen zum Schluss. Ihre Regierung, Frau Bundeskanzlerin, ist am Ende. Sie laufen den Banken nur noch hinterher. Sie haben nicht die Kraft, die Diktatur der großen privaten Banken, Fonds, Versicherungen, Hedgefonds, also des Finanzmarktes zu brechen. Um Frieden, soziale Gerechtigkeit, ökologische Umgestaltung und Demokratie zu erkämpfen, was wir dringend brauchen. Aber ich sage Ihnen auch, es gibt nur noch eine politische Partei, die diese Krise meistern kann. Es tut mir leid, Ihnen das so klar und eindeutig sagen zu müssen. Das ist die Partei, die bei allen diesbezüglichen Analysen immer richtig lag, was Sie nur viel zu langsam begreifen. Es ist die Partei, die Sie alle besonders mögen, nämlich die Linke. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020